Tag, willkommen zurück zu, ähm, ja, Expedition Zero, einer weiteren Folge bei Try und wir sind immer noch dabei die Proben zu finden. Ähm, ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen, schon ein bisschen länger her, wo ich aufgenommen habe. Äh, wir haben ein paar Sachen gesammelt, tralala, und wir müssen immer noch Pröbchen finden, warte mal, ich bin ein bisschen, das ist immer noch so schnell, ne? Gibt ja irgendwas umgestellt, Mausempfindlichkeit, machen wir mal 40, er geht nicht 40, uff, 13, 18, 21, lassen wir mal. So, zurück, weiter, ist immer noch so schnell, äh, egal. So, ähm, reisen, wir reisen mal zum, wo müssen wir denn nochmal hin? Wald, ne? Jo, Bunker war, glaube ich, der Verkäufer, wir mussten zum Wald, denn dort müssen wir Proben finden. Ähm, ich habe übrigens mal den Greenscreen mal aufgestellt, um mal zu gucken, wie das so ist, ist, glaube ich, ganz cool. Ich werde mal gucken, dass ich zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen mit Greenscreen aufnehme, finde ich mal ganz nett für YouTube. So, wir sind... Was? Wir sind da, wir wären die Textur... Yo, I'm ready. Oh, wir haben kaum noch Taschenlampe, äh, Dings. Entschuldigung. Ich will die Taschenlampe laden. Kann ich hier irgendwo die Taschenlampe laden? Hallo? Fuck, wo war das nochmal mit der Taschenlampe? Sonst haben wir nämlich gleich keine mehr. Flashlight für F. So. Ach, hier war ja noch unser Kollege, ne? Das ist die ein Respawn. Alter. Was macht der denn da? Was ist denn mit ihm? Das ist unser Mittelpunkt? Äh. Äh. Alter, Alter. Was ist denn mit ihm? So, ich will mal eben schnell gucken, wegen... Interagieren. Wegen der Batterieland. Das war, glaube ich, hier irgendwo im Keller, ne? Wenn ich mir recht entsinne. So. Ja, hier. Oh, Gott sei Dank. Stimmt, wir haben letztes Mal ja hier, ähm... Gespeichert in diesem Häuslein. Und da gucken wir mal, ob wir da... Huch. Was ist denn da los? Die Animation fehlt. Wer macht das so schnell jetzt? War das nicht smoother? Dass er so... Na ja, gut. Okay. Haben wir alles? Okay, alles klar. Erstmal abziehen. Flupp. So. Äh. Ich weiß gar nicht. Außenposten... Wo laufen wir denn jetzt hin? Die... Nee, die Richtung, ne? Ich würde gerne nach oben links mal so auf der Karte. Wir haben ja immer noch Besuch hier von, ähm... Fledermaus Gerd. Zwischendurch gab es noch wieder ein paar Updates. Wir laufen vollkommen falsch. Ich muss in die Richtung laufen. Gut, wir müssen auch unsere Kälte im Auge behalten. Oh, Entschuldigung. Wir sind auch außer... Außer Atem. So. Und wir müssen natürlich die... Die, äh... Dings finden. Das Signal. Denn wir müssen ja noch die Proben finden. Ich würde mal gucken. Mit der F4 war das, glaube ich, ne? Oh, das ist so laut. Es wird mehr. Äh... Jo, moin. Ernsthaft? Ernsthaft? Aua, Alter. Alter, ich kann... Alter, ich kann nicht... Alter, uh, uh, uh. Uh, uh. Warum fallen die denn nicht mal um? Was sind denn mit dem? Ich muss mich heilen. Wie heil ich mich? Hier, konsumieren. Konsumieren. Uff. Und ich weiß, dass wir beim letzten Mal angegriffen worden sind vor unserem, äh, Fledermaus Gerd. Da waren wir, glaube ich, am... Waren wir nicht da sogar am Außenposten? Da waren, glaube ich, zwei sogar von den Drecksäcken, ne? Ja, ich weiß, Kälte. Wir sind aber gleich da. Ich hoffe, dass wir Feuerholz haben. Ähm. Hä? Wir laufen schon wieder zurück, oder was? Hä? Habe ich mich jetzt völlig verlaufen? Ich habe mich völlig verlaufen, ne? Ich laufe schon... Alter, ernsthaft? Really? Uff. Hilfe! Wenn es so weitergeht, werden wir erfrieren. Hä? Hat mich das jetzt so mitgenommen mit dem Zombie, dass ich, äh, mich völlig verlaufen habe? Ich glaube, ja. Ja, ja. Du mich auch. So. Herd entfachen. Schnell. Oh. Mein Gott. Was ist denn los? Wir wollten doch woanders hin. Ich wollte doch eigentlich da oben zum Außenposten. Da hat mich dieser Zombie voll aus der Bahn geworfen. Also sowas Bescheuertes. So, ich mach mal Licht aus, um Batterie zu sparen für die, ähm... Du weißt schon. Taschenlampe. Ist ein bisschen nervig mit dem, mit dem, mit der Kälte, weil es doch sehr, sehr rapide runter geht, finde ich. Gut. So, auf ein neues. Ratatata. Jetzt muss ich gucken, wo wir hinlaufen. Also, wir müssen hier auf jeden Fall hoch und dann, glaube ich, rechts, ne? Rechts Richtung Straße. Ich guck mal eben. Das ist richtig? Jo, jetzt laufen wir richtig. Laut, laut Marker laufen wir richtig. Aber wir müssen ja eigentlich nach dem Signal gehen, ne? Und hier wird's, glaube ich, mehr, oder? Ja. Und da haben wir ja letztes Mal das Problem gehabt, dass wir einfach... 79, ja. Wird's so wohl? Hallo? 52? 51? Da ist sie gut aus. 51, 87? Hallo? Hä? Hä? War das nicht hier irgendwie ganz komisch, dass das hier irgendwo... 47? Okay, das scheint richtig zu sein. Wo auch immer ich hier hinlaufe. 44? Wo bin ich denn hier? 52? 50? Das war doch so komisch an unserem Gebäude, ne? Oder? 36? 28? 23? Das war doch... Genau, das war doch so komisch, dass das hier war. Oder ist das... Das ist, glaube ich, unten im Keller, ne? Ich meine, das müsste unten sein, oder? 24? 23? 25? Das ist bestimmt unterirdisch. Also, im Keller. Aber wir können das ja nicht aktivieren. Hier wird's... Hä? Äh, alles nehmen? Warte mal. 27?9. Wenn ich jetzt hier lang gehe... wird's mehr. Wenn ich da lang gehe... wird's weniger. Hä? Ich... 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 Hä? 18? Oh, warte mal. 18,32? 20? Hä? Es ist auf jeden Fall da, irgendwo. Ich vermute, dass wir mit dem Fahrstuhl fahren müssen. Scheint gerade Strom zu haben. Ja, das ist ganz toll. Ich würde halt gerne... Ich würde halt gerne... Onkel Klaus ist da. Er kommt mich besuchen. So, wir brauchen also ein Sicherungsmodul. Kann ich das bauen? Ach, wir sind ja gar nicht zu Hause, ne? Fällt mir gerade ein. Aber ich finde es gut, dass die Sachen respawn, oder? Oder meine ich das nur? So, ich wehre mich noch ein bisschen auf, wenn wir schon einmal hier sind. Können wir das bauen zu Hause? Frage ich mich gerade. Hm. Ist ja jetzt noch nicht so viel passiert, ne? Ich weiß. Ist ein bisschen... Ich weiß noch nicht genau, was ich von dem Spiel halten soll. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Demo war ja auch schon so ein bisschen so... Wiggle, Wiggle. Ich reise mal zum Bunker. Da ist ja unser Verkäufer. Vielleicht verkaufte uns ja ein Sicherungsmodul. Wer weiß das schon. Achso, ich wollte mich nochmal entschuldigen für... Dass die Soundprobleme bei der ersten Folge waren. Dass da gar kein Sound war vom Game. Ich weiß nicht, was da passiert ist beim Rendern. Es könnte sein, dass ich da ein wenig... Ähm... Ähm... Geschlafen habe. Und... Ich vielleicht nicht ganz bei Simba. Wer weiß das schon. So. Hä? Ach ne, Bunker. Wir sind jetzt beim Bunker. Ich bin so doof. So. Stirnleuchtenmodul. Das ist ganz toll. Die haben wir schon. Ich würde gerne ein Sicherungsmodul herstellen. Das können wir aber anscheinend nicht. Ziele. Ja. Finde die Proben. Vernichte die Seuche. Ich muss einen Weg finden, die Seuche loszuwerden. Dann schaffe ich es vielleicht hier raus. Der Händler hat mich gebeten, die Gegenstände zu finden in Verbindung. Ah, okay. Feierliche Monster. Ja, ja. Sicherungsmodul. Nein, nicht Lager öffnen. Reisen. Wo war der denn? Ach, bei der Mauer war der, ne? Komm, wir düsen da mal hin. Gucken wir mal. Vielleicht hat er ja irgendwas für uns. Ja. Oder auch nicht. So, werde ich hier wieder angeschossen? Weil die Strahler hier... Das wäre jetzt ein bisschen blöd, ne? Oder? Wir waren doch schon mal hier. Erschießen die uns? Jo. Dann habt ihr das jetzt mal mit Zaun, ne? Puh, ha. So, Judentag. Was ist hier mit dir los? Gut, du hast mich gefunden. Und du bist noch alive. Du bist nicht so nutzlos als diejenigen, die ich vorher kennengelernt habe. Also lass mich euch für eure Erfolge eine K-Karte für das lockte Raum in dem Haus, in der du kamst. Die habe ich aber schon. Also willst du rauskommen? Es gibt einige Möglichkeiten, aber wir sagen, sie kommen nicht frei. Ha, 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 ha. Let's make a deal. Something has been going on in the Motley Forest. You know that place? Uh-huh. Whatever is roaming in the forest, it was strong enough to kill all of the soldiers that arrived there. I will be helping you in identifying the source, but I need samples. Find something that could be traced to that thing. And don't forget to get yourself a flashlight back at your place. It gets really dark out there. Toll. Good luck. Craft the flashlight. Get me the samples. And try not to die. Was war's denn? Ja, das haben wir ja schon. Hat das wahrscheinlich irgendwie nicht gespeichert da. Also zumindest irgendwie das Spiel nicht realisiert, dass wir das schon haben. Aber wir haben das Missionsziel ja schon. So, finde die Proben. Das, ja, ähm. Gut. So, dann ab in den Wald. Denn im Wald ist mir kalt. Ähm. Ja, das ist jetzt... Puh, äh. Spiel ist ein bisschen buggy noch, ne? Könnte das sein? Glaube ich nicht ganz realisiert. Ich weiß auch noch nicht, ob ich tatsächlich... Der Ofen ist aus. Der Ofen ist aus. Äh, was wollte ich gesagt haben? Ich weiß auch noch nicht, ob ich noch eine weitere Folge aufnehme. Wird vielleicht sogar die letzte sein. Weil ist ja nur ein Try. Also ein Let's Try quasi. Ähm. Weil ich immer noch nicht weiß, perhaps, wo ich hin muss. Hier wird's wieder mehr. Hier wird's weniger. Äh, was? 17. Batterieleistungsmodul, Gasmaskenmodule. Äh, warum werde ich denn hier so weird? Achso, weil der wahrscheinlich in der Nähe ist, ne? Oh, Munition. 16. Kabel. Immer mit. Ah, hier ist 17. 16. Das muss da irgendwo sein, aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ach, wisst ihr was? Ich untersuche jetzt die Karte. Ist mir scheißegal. Das muss ja da runter sein, aber irgendwo unterirdisch. Ah! Oh! Oh! Aua! Schasslampe ist übrigens fast leer. Ich würde sie nochmal aufladen. Nö, nö. Keine Zeit gerade. Für deinen Kaffees mit deiner geilen Zunge. Fledermaus Gerd. So. Gerdicke ist on Tour. Vielleicht alleine oder vielleicht auch mit seiner Gertrude. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Vor allem, ich sehe ihn auch nicht. Das ist so mein Problem. Ach, ich düse einfach mal. So, ciao. Ist mir egal. Vielleicht finden wir noch ein anderes Signal. Ich weiß es nicht. Vielleicht lässt er uns ja in Ruhe. Wenn ich so ein Geräusch mache wie er. Aua! Aua! Wer denkt er, ich bin einer von denen? Aua! Aua! So. Gut, dann wandere ich mal. Und wander und wander. Und ist der Zombie wieder da wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ist er da. Ist mir auch gerade egal. Denn ich würde gerne gucken, was, wo es hier hingeht. Oh, wir werden gleich erfrieren. Wir sollten gucken, dass wir schnell wieder irgendwie Wärme bekommen. Äh, das haben wir doch schon gemacht. Hat der das nicht gespeichert? Na? Das hatten wir doch schon gemacht? Jetzt haben wir nicht, der hat das nicht gespeichert. Was ist das denn für ein Game? Lauf! Lauf! Aua! Alter! Hä? Ich schnall hier gar nichts. Was ist hier los? Irgendwo war hier Heizung drin, oder? Ja, ja. Ruckel, ruckel. Ah, hier. Erstmal warm machen. Ah, so. Schön. Dass wir es nochmal machen müssen mit der Kerze. Das war blöd. Ich dachte, das hätten wir schon. Okay. Gut. Gut, gut. So, gleich sind wir wieder warm. Und dann... ...löschen wir die Kerzen. Auch wenn unser Freund gerade hier ist. Hier war noch eine Kerze. Und eine war noch irgendwie... Ich weiß noch nicht, wo da... Äh, ich hänge. Weiß, wie gesagt, noch nicht, warum wir das normal machen müssen. So, jetzt quatscht er mit uns. Bla, 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 bla. Ja, ich hab sowas noch nie gesehen. Oder? Äh, was? Ich sehe nicht, das ist mein Problem. Okay, anscheinend realisiert der Typ, dass wir die Proben hier anscheinend schon haben. Oder keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Ich guck mal auf der Mappe. Und werde ich einfach mal weitergehen. Ist mir egal, ob der da ist. So. Ist mir egal. So. Ja, ganz ruhig da. Ist mir Wurst. So. Ja, ja. Ist mir egal. Kann es ruhig da sein. Hier ist ein Auto. Kann ich da mit den Typen noch fahren? Was ist denn das? Ach, wir sterben hier. Achso. So. Achso, wir hätten da nicht hingehen sollen. Äh. Ja, spiel. Ich würde gerne... Was ist denn hier los? Was? Ah, okay. Okay. Ähm. Ja. Hier hatte ich gespeichert. Äh. 1458 war, glaube ich... Was war denn das? Okay. Gut. Will ich jetzt nicht ganz verstehen. Er atmet mir noch ganz leicht ins Öhrchen. Ins linke Öhrchen. Ganz leicht noch. Oh, ja. Hm. Er atmet immer noch. Oh. Geil. Dauert ganz schön lange, ne? Er musste sich, glaube ich, erst zu Ende atmen. So, wir sind wieder im Bunker. Hauptziel, finde die Proben. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt zum Dings reise, zur Mauer reise, wird der Typ wieder sagen, ja, du musst erst lalalala. Ähm. Okay. Schade. Ich habe gedacht, wie man sieht noch irgendwas anderes. Weil es gibt ja wohl auch ein Dorf und so, was ich gesehen habe im Trailer. Aber ich glaube, wir werden das nicht mehr sehen. Zumindest nicht bei mir. Achso. Da soll ich mal Licht anmachen, ne? Gut. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wo wir hin müssen. Ist mir auch egal. Also kann man da oben schon mal nicht hin. Da oben ist überall Gas, Gas. Taschenlampe gleich leer. Ist mir egal. So. Ah, ist halt. Kannst mich mal. Ja, ja. Ist mir egal, dass du da bist. So. Ja, ja. Schön. So, lass mal gucken. Ah, wo ist er denn? 10. Aua, Alter. Oh, da ist ein Zombie. Ist nicht gut. Ernsthaft? Hä, wo will er hinschauen? Ist mir egal. Komm, hör auf, hör auf nachzuladen. Alter. Ernsthaft? Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.